Als Gewerkschafter setze ich mich für sichere Arbeitsplätze und gute Löhne ein, von denen man anständig leben kann. Und ich will, dass die Menschen ohne Angst arbeiten und im Alter auch gut leben können. Deswegen kandidiere ich für die Linke. Deutschland ist ein reiches Land und Hessen eines der reichsten Bundesländer. Doch der Reichtum ist zutiefst ungerecht verteilt. Durch eine gerechte Besteuerung ließen sich Bildung, Ausbildung und soziale Gerechtigkeit finanzieren. Deshalb unsere Forderung nach einem höheren Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer, nach einer Vermögenssteuer und nach einer Abgabe für Millionäre. Und wir sind als einzige Partei gegen den Krieg in Afghanistan und im Irak. Schlechte Qualität, hoher Druck und soziale Auslese prägen unser Bildungssystem. Dabei machen es andere Länder längst vor, wie es richtig geht. Soziale Gerechtigkeit heißt auch gleiche Bildungschancen für alle Menschen, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Die Abschaffung der Studiengebühren in Hessen war ein großer Erfolg. Die Linke will eine Schule für alle Kinder, kostenfreie Kitas und ein Grundrecht auf Ausbildung. Wir erleben eine gewaltige Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Frage ist, wer hat das alles zu bezahlen? Warum nicht jene, die die Spekulationen gemacht haben? Setzt Sie ein Zeichen für mehr soziale Gerechtigkeit durch Ihre Stimme für Die Linke am 18. Januar in Hessen.